Ich habe mir letztens einen Backstein gekauft. Servus, Marcel hier, Ausdrehtfotograf und Bildgraf aus Eipzig. Und ja, mein sogenannter Backstein ist eine Mamiya RB67. Eine analoge Mittelformat-Kamera von 1990. Frage vorweg, wie viel ich zu der Kamera gekommen bin. Tatsächlich war das einfach ein spontanes Angebot und zu einem echt schmalen Taler, muss man sagen. Von daher, ja, dann habe ich die jetzt halt. Dieses Video ist auch erstmal nur ein kleiner Kurzeinblick, deswegen versuche ich es jetzt nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen, sondern einfach nur mal kurz erklären, was das denn überhaupt für eine Kamera ist. Erstmal Grundlegendes zur Information. Eine Mamiya RB67 ist eine, wie gesagt, Mittelformat-Kamera. Format im Normalfall 6 zu 7. Also dazu komme ich gleich noch. Und das RB in dem Falle für Rotating Back oder Revolting Back. Genau, Bezeichnung haue ich mal hier an die Seite ran. Im Prinzip bezeichne ich das einfach nur, dass man das Rückteil von der Kamera bis zu 90 Grad drehen kann und so, schwerer Gang, zwischen Hoch- und Querformat wechseln zu können. Ohne dabei jetzt die Kamera irgendwie unnütze quer halten zu müssen. Macht das Ganze auch ein bisschen einfacher, weil die Kamera wiegt insgesamt mit allem drum und dran, was man braucht. Und gut 2,7 Kilo. Und das möchte man dann nicht unbedingt quer halten oder so. Doch erstmal Grundlegendes zur Kamera selber. Ich würde es tatsächlich als Baukastenkamera bezeichnen. Doch woraus besteht jetzt diese Kamera eigentlich? Ich versuche es mal, wie gesagt, ganz schnell zu erläutern und da fangen wir erstmal beim eigentlichen Lichtschacht an. Das Grundgehäuse ist im Prinzip eigentlich wie eine, wenn ich mal sagen, Dunkelkammer. Beim Spannen wird hier der Spiegel runtergelassen und somit könnt ihr natürlich eure Komposition bestimmen, scharfstellen. Also ihr seht im Prinzip das Bild. Das ist aber nicht gleichzeitig der Verschluss. Dazu komme ich nämlich gleich nach. Im Prinzip, so wie es jetzt ist, würde ich, wie gesagt, scharfstellen und sobald ich es auslöse, geht der Spiegel hoch und das Licht geht durch. Zweites Teil, was natürlich entsprechend fehlt, ist das Objektiv. Im Objektiv nämlich steckt der eigentliche Verschluss. Das heißt, im Prinzip ihr Spanns löst dann aus, der Spiegel klappt hoch und während der Spiegel hochklappt, ist ja im Prinzip der Film belichtet und das Objektiv vorne hat dann den eigentlichen Verschluss drin. Deswegen könnt ihr das Objektiv dann entsprechend mit der Belichtungszeit einstellen. In dem Falle zum Beispiel bis zu einer 400. Ich glaube, das ist tatsächlich das Maximum, was diese Kamera schafft. Teil 2, was oben draufkommt, ist dann die sogenannte Mattscheibe zusammen mit dem jeweiligen Sucher. In meinem Fall habe ich jetzt hier den klassischen Schachtsucher. Finde ich persönlich auch so viel anspannter, von oben runter zu schauen und das Ganze auszurichten. Es gibt auch natürlich noch so einen klassischen Sucher, wie man es kennt. Der wird auch drauf. Dadurch wirkt die Kamera dann natürlich ein bisschen grobschlechtiger und vor allem ist es nochmal eine Spur schwerer. Ich glaube, tatsächlich mit dem klassischen Sucher sind wir hier bei fast 3 Kilo schon. Was davon jetzt für einen besser ist, mag jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich mag das von oben herab. Mit dem Durchschauen lieber. Hier muss man allerdings bedenken, dass das Bild Seitenverkehr ist. Das heißt, wenn ihr die Kamera nach links bewegt, bewegt sich das Bild nach rechts. Das ist ein bisschen komisch, aber im Prinzip ist es an sich eine reine Gewöhnung. Teil 2 ist dann der sogenannte Drehrahmen, der der Kamera ja seinen Namen gibt. Der kommt hinten drauf, wird drauf gesteckt. Das letzte Teil, was noch fehlt, sind natürlich die Filmkassecken. Und hier kommt der kleine Knackpunkt von dieser Kamera. Es gibt die verschiedensten Rückteile tatsächlich. Zum Beispiel, erstmal klassisch, was den Namen gibt, das 6 zu 7 Format. Diese bestehen zum einen aus diesem kleinen Lichtschuber, der verhindert, wenn man es zu macht, dass der Film belichtet wird. Deswegen kann man die jederzeit austauschen. Und wenn ihr es dann aufmacht, habt ihr einmal das Rückteil selber und den Filmhalter, wo der Film dann auch eingelegt wird. Dadurch kann man nicht nur jederzeit zwischen, ich sage jetzt mal, zum Beispiel einem Schwarz-Weiß und einem Farbfilm oder verschiedenen ISO-Werten hin- und hertauschen. Ohne, dass man den Film zu machen muss, wie man es bei 35mm Kameras kennt. Nein, man kann auch genauso gut statt einem 6 zu 7 Format, zum Beispiel auch ein 6 zu 4,5 Format machen. Oder, was spannend ist, auch ein damaliges Polaroid-Rückteil. Das heißt, man kann aus der Kamera im Prinzip sofort Bildkamera machen. Und so sieht das Ganze dann am Ende aus. Der richtig geile Knackpunkt an dieser Kamera von den geilen Objektiven und so mal abgesehen vom Handling, ist, wie gesagt, das Ding mit den Rückteilen. Und es gibt heutzutage ein paar schlaue Füchse-Tüftler und Bastler, die sich das Ganze mal zum Nutzen gemacht haben und dank der guten 3D-Drucktechnik sogar verschiedene Instax-Rückteile für die Kamera gemacht haben. Heißt, ihr könnt sofort Bildkamera à la Instax, in den meisten Fällen ist es Square, es gibt die aber auch, glaube ich, mit verschiedenen anderen Größen, könnt ihr hinten dran basteln und dann habt ihr eine sofort Bildkamera à la Instax, aber mit einer bedeutend geileren Optik. Und das finde ich tatsächlich spannend, das will ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren, aber das kann auch warten, weil aktuell kosten die immer noch zwischen 300 und 500 Euro die Rückteile und dann kosten die Filme noch extra. Und das möchte ich behaupten, muss man wissen, ob man das am Ende auch wirklich nutzt. Doch kommen wir einmal zur wichtigeren Frage, zur viel wichtigeren Frage, wie entstehen denn die Bilder damit? Beziehungsweise wie sind die Bilder damit? Was soll ich sagen, ich habe mit den Jungs in Berlin schon eine Runde gedreht, Bild verlinke ich euch mal, das ist ebenfalls mit der Kamera entstanden und das Ding macht Laune. Also wie gesagt, das Handding ist klar, es ist grob schlecht, aber der Vorteil ist erstmal, die Kamera ist komplett mechanisch, das heißt, ihr braucht keinen Akku, keine Batterie, kein gar nichts. Film rein, ausgelöst, fertig. Solange alle mechanischen Teile funktionieren, und das tun sie jetzt tatsächlich auch aktuell, könnt ihr damit schießen, wie ihr lustig seid. Also was bei mir ist, das ist eins meiner Filmrückteile, ist leider defekt, aber ich habe zum Glück noch ein Schatz. Und wie gesagt, wir reden hier ja von Mittelformat, das heißt, die Objektive haben teilweise Blenden von 4,5 oder 3,5, ich glaube das hellste, was ich mal sehe, war eine 2,8. Und das Bokeh kann sich trotzdem sehen lassen. Ich haue ich mal ein Beispiel rein, da habe ich mir in Berlin irgendeine leere Flasche fotografiert, aber der Hintergrund war halt so gut in dem Falle. Und gleichzeitig haben wir das mal mit Gunas 85mm 1.4 Sigma an der Sony A7 IV ausprobiert, und was soll ich sagen, das Bokeh sieht bei beiden Kameras mega geil aus. Als Objektiv habe ich aktuell einen 50mm und einen 180mm. Und da wir hier von einem 6 zu 7 Format sprechen, muss man die Brennweite theoretisch durch die Hälfte sehen. Heißt, mein 50 wirkt wie ein 25 und mein 80 wie ein 90mm. Da habe ich ein schönes Weitwinkel und ein schönes Portraitobjektiv. Es gibt auch noch weitere, ich glaube 127mm mit Blende 3,5 oder so, war nämlich der Standard, der mit dabei war. Aber es gibt auch noch von Fisheye bis Teleobjektiv, gibt es ziemlich alles, es gibt sogar 500mm für die Teile. Ich möchte nicht wissen, wie schwer das ist, ich glaube das könnte keiner tragen ohne Stativ. So viel zu meinem kleinen Ersteindruck von der Mamiya RB6, Pro ist die. Wie gesagt, ich werde mit der jetzt noch ein paar Runden drehen, ein paar Shootings machen. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht auch ein Portrait-Shooting ranbekommen, das würde mich nämlich auch mal mega interessieren. Ansonsten haut ihr gerne mal in die Kommentare, was ihr von so einer Kamera hattet, ob ihr sie vielleicht sogar schon mal benutzt habt oder nicht. Ob das was für euch wäre oder ob die euch viel zu schwer wäre mit 2,7 Kilo. Ich muss sagen, nach 2-3 Stunden in Berlin rumklingeln, ja, das wird mit der Zeit dann doch ein bisschen schwer. Trotzdem liegt es echt gut in Hand. Und wenn ihr noch mehr von euch in älteren Kamera-Videos sehen wollt, mal schauen, was die Zukunft bringt. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Also geht raus, probiert es euch aus und ciao. Bis zum nächsten Mal.